ha so bekommt zwei neues live stream hast du hallo was zuschaut ich glaube nicht ja wir kommen zu einem live stream so hallo ja heute ist meine kraft ja ja die stadt ja also willkommen zu einem neuen live stream heute spüren wir und scheißen wir uns in die hosen ja ich habe ein kaffee nie mehr er meint dies ja so schnell eine benachrichtung rausgeschickt was das meint die sie so schnell leid miss me as man i don't give a fuck about you before ich hab zu viel zucker rein bock wo sag ich meine chatbox es wundern mich gerade aus meiner chatbox war kurz ist hier ist da meine chatbox hier ist meine chatbox aber hier nicht hat jemand hi geschrieben fabio gamer und hallo meine chatbox ist da nicht vorhanden doch jetzt schon die star so eine scheiße also hi fabio gamer und hallo schön schön dass ihr da seid hei freut mich heute bin ich heute bin ich top montiert was denn hier los digga ich habe wieder spaß am stream schon zeit zu vorgestern so ist schon mal einfach will man mitspielen bitte sonst gehe ich wein man ja ich habe wieder das schilder ist da ist ja auch immer immer mediashop ich wollte immer den nice oder kaufen der aber ich legen der ganze im mädchen man wollte keinen nice oder also der konnte so geile würfel schneiden ja 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 der nice dice ist link der irgendwann in meinem leben wenn ich multimilliardär bin natürlich dann wird erstmal ein nice da ist er gekauft bitte flex und schon flexi mädchen schießt mir zu deiner familie oder so war er war und sagst ich habe ein nice da ist ja die dinge aus oh mein gott so abgehoben wir wollen auch einen nice dinge aus fabio gehen wir noch hier hallo fabio geschehen muss gegangen man beb içinde ob du bist auf hay pixel gebannt oder nie oder was wollt zu nehmen spielen was bin ich bis auf ein pixel gebannt nicht oder ich bin clean man ich würde auch verwechselt erst einmal gewandt wegen hacking sonst so das youtube mal auch gegen herr ging man weiß nicht wieso das war ein ganz ganz komischer sein ich hatte voll lust zu hacken ich weiß wieso ich hab voll bock gemacht irgendwie zu hacken ich weiß wieso verteidigung da war ich zwölf so 12 12 ich sag mir dass wir gerade ein bisschen aufgaben muss kurz meiner frau helfen die sie dir viel spaß das so cringe also das voll ist das mies gewöhnungssache mädchen man schreibt in meinem chat ich muss mit meiner frau was man ich bin ein fucking kind ich denke dass so eine gewöhnungssache ich muss daran gewöhnen dass das menschen vielleicht irgendwann auch auch heiraten werden und eine frau haben wir so wie blitke man da ja ich bin aber immer noch ein renner es kommt best mein um mein gott manchen das ist ja sie werden von mir gehabt haben sie das ist ja wir sind nie ich bin ja ja Vielen Dank. 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 Kann man eine öffentliche Party machen oder braucht man da einen Rang? Hast du mich gerade unnütz genannt? E-Mod? E-Mod? Okay. Wir haben da, wir haben da. Wir haben da. E-Mod? 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 Ja, keine Ahnung. Irgendwie Xion habe ich früher mal geschaut, aber irgendwie, keine Ahnung. Man wird halt ein Rentner langsam. Ich bin fast bald 16. Digger, what the fuck. Ich bumse gleich meine... Hallo. Menschen, die denken, man wäre... Man denkt, er was, wenn man 18... 16 ist. Heute scheißen wir uns extremst geil in die Hosen. Und jacksen uns in die Unterhose. Heulen wir nicht rum. Ja, gut, Blattke, du bist auch 21, du Schwanz. Digger, fick dich! Fick dich, du Schwanz! Baku, mit einem P. P wie Pornhau. Baku ist einfach scheiße, ganz ehrlich. Baku ist kac... Mann. Sü! Theoretisch, ja. Aber ein bisschen zu spät. Allein hier, ein bisschen zu spät. Boah, der Maxi, wie ganz sympatischer Zuschauer. Wenigstens schreibt der Sü rein. Und es ist ja auf K. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. H, mach das mal weg, Lero, dass man sowas nicht machen kann. Weißt du, was ich wegmache? Bald mein Schwanz, was? Derire treat. Der Blatt fiel das auch nicht auf 21. Hier so ein Rentner. Die der Schwanz! Der Schwanz! Der Whitpad, 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 Blalalalalala. Diego ist auch ein alter, er ist auch ein und so an sie. Digga, ich bin bald 16, jalla. Ja, Rentner trifft es ganz gut, ja. Die Löcher wurde im Mädchen, Digga. Man ist so, Bliadkerts Situation ist 21. Was ist noch sein Ziel im Leben? Er wartet sicher jetzt einfach nur noch 40 Jahre, bis er ein Rentner ist und nicht mehr arbeiten muss und Geld bekommt. Ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist jetzt sein Ziel. Für Dix. Das jetzt, Bliadkerts Ziel haben, Rentner zu werden, dann einfach entspielt auch den Schmahamas zu wohnen. Alles in Ordnung, Zeichen. Alles in Ordnung, Zeichen. Ja, ich stehe aus dem Glück, ich habe das. Alles in Ordnung, Zeichen. 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 Rekte. Ähm, bis dahin einfach Schulassistent. No. Aber die Mädchen, du bist, du bist so 40, was hast du ein Ziel im Leben noch? Außer, außer, äh, auf die Malediven, bist du Schweizer, tatsächlich schon, ja. Ich fühle mich ganz krass, ich bin Schweizer. Ich bin arm. Trotz, ich bin arm, wie scheiße. Ist auch Schweizer. Sein. Oder Finn, man ist ja, what the fuck. Was sagt er? Weißt du, was Creeper geschrieben hat? Nee, was sein? Dass sein Kanal abgestürzt ist, also mein Twitch-Kanal. Und ich flex deine Mark. Oh, 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 oh mein Gott. Vielen, vielen Dank für deine Follow. Hi, wie geht's dir? Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, manche, meine Blogger. Ja, das will ich jetzt aber, ich will Videobeweis jetzt sehen, ganz ehrlich, hier. Ohne Videobeweis, glaube ich's dir nicht. Oh, Finn, vielen, vielen, vielen Dank auch für deinen Follow. Danke, 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 großherz, danke. Vielen, vielen Dank, Finn auch. Ist er schwul, aber er will meine Stimme wieder hören. Was? Was? Ja, I don't know. Oh, ich denke nicht, dass er schwul ist, aber irgendwie, ähm, ich weiß, wie sehr saß drüber. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Follows, danke, sü. Ich hoffe trotzdem, wie du weißt, ganz ehrlich, ja. Sü. Ähm. Ja, ich finde keine Teams, ich fühle mich los. Ja, ich glaube, Maxi, wie das Dings, Maxi, kann das sein, dass ich heute im Stream von einen Holzkopf gesehen habe? Mann. Ich war noch so jung. Und es bin in der Rennerei, Spaß, in der Rennerei. Ähm, ich gehe mit Stimmpfezeichen. Ja, ich habe dich im Chat gesehen, ja, ja, ja. Von mir kann man nicht verstecken, ja. Man muss ja, man muss so glauben. Von mir kann man sich nicht verstecken, in jedem Chat. Aber langsam, es will ich so gefühlt, in jedem Chat, wo ich reingehe, von Twitch, ich sehe immer irgendwie einen Zuschauer von mir. Ich weiß nicht, wieso. Sü. Ein Holzkopf ist mir sympathisch. Yo, ES, wie geht's? Ja, na, ES, also Penny, why? Wie geht's dir? Ähm, schön, dass du auch wieder da bist. Hi, na. Sü. Ähm. Ähm, der Jungs, ich glaube, mein Chat besteht nur noch aus Sü. Okay, mein Chat, mein Chat, 10% normale Nachrichten, 90% Sü. Und, und, unser Bett, weg. Uuuuh. Algalgalgalgalgalgalgalgalgal. Ist er weg? Oh, oh. Picken. Mh, ich fick gerne mit Schenk, was? Ja, imagine. Also, ich will natürlich auch immer, äh, Bett ist weg. Unser Bett ist noch da, ich weiß nicht, was du hast. Wurzeln eigentlich grau, ganz ehrlich, ist das grau? Wohnt da grau? Uuuuh, sexy. Oh, 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 oh. Wohnt hier grau eigentlich? Äh, 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 fühl mich gerade wie der größte behinderte Huhn. Ähm, ähm, siehst du aus, oder? Hm, sieht mir so aus, als würde da. Äh, aber wenn ich mitmache gleich, ich bin nicht gut, ich bin kein MC-Schwitzer, ich bin ein MC-Schweizer. Äh, ja, die war mies, scheiße. Ich dachte, der Joke wäre lustig. Das ist mir im Nachhinein eingefallen, wie unlust hier. Äh, äh, der Joke eigentlich ist. Yo, hi, P-W-W-W-W. Hi, P-W-W-W-W-W-W-W. P-B-L. Hi, wie geht's, ist es auch da? Bist, hi. Na? Du Schlingel. Oh man, oh man, oh man Der nimmt alles auseinander, okay der ist tot Ne der hat es überlebt Ja der ist krasser als Als Usain Bolt im Rennen Süß Ja langsam Der ganze Chat besteht Nur süß Ihr seid alles süß Menschen, bin ich ganz ehrlich Oder gar nicht Falls ich irgendwann ein Community-Namen bräuchte Dann würde ich einfach Warum sagst du hi Immer so als Hättest du gerade Schwanz im Arsch Ich sag immer hi Aber aus Prinzip, weil das früher Menschen gefeiert haben Und ich hab das paar mal gesagt Aber weil mir langweilig war Plötzlich haben es Menschen gemacht und seitdem sag ich Hi Seitdem habe ich auch immer Schwanz im Arschloch Die haben wir meinen Zuschauern Schwanz im Arsch Deswegen Vor allem von dieser Bar Die gibt mir mal Schwanz im Arsch Stark Ja, ja, ja Süß Erlachsam ist meine Stimme weg Der von dem Süß Sollen wir für Kanalpunkte was machen Dass Leroke süß sagen müsste Wäre das lustig? Das ist ja langweilig Sag jetzt schon immer süß Sui Oh Mann Was war das? Ähm Oh Su Baku Du kannst ja ein Arschloch reinstecken Bis es blutig wird So eine Scheinung Ähm Oder bald kommen noch Kanalpunkte Leroke sagt Oni-Chan Also ja, fick dich, wagu Ich hoffe, dein Arschloch blutet jetzt So Mann Schiebe doch die Grauen ab Die Teamen Baku Ich bann dich gleich Ich bann dich von Hör auf Dimens podebriere Mitspieler zu suchen Süüüb Ja weißt du wie du ganz schön mitspieler bekommst du gehst zu einem größeren russisch hier ist da rein und schreibst hallo will man aus zu spielen der schreibt nein du schreibst dann bin mädchen dann kommen alle rüber das spiel alle mit oh mein gott wie konnte er mich sehen wir so ein schwanz kopf ich habe so mag gemacht aber man muss mir beibringen ich habe nichts zu tun aber jetzt muss hier wohl den chat moderieren ja weil der grau kommt wir haben da überlegt ihr etwas gut das sind mädchen okay ich würde ich würde dir abraten mit der zu reden wenn ich kann sich ja noch sie geht es auch da bis so ich habe die auch vermisst ja noch zu ich habe jetzt nichts geputzt mein gott ich habe kein bett oha korrekt nachdem ich mit creeper im sieg gespielt habe können wir machen der jungs hört auf hier zu simpen gehört auf baku zu simpen ich weiß dass ein mädchen okay ich meine ich weiß schwer schwer aber trotzdem man kann barcode nicht mehr schön ist auch wieder da bis heim harte oder tracer immer noch banger shoes ich habe mich lange nicht mehr vorbeigeschaut das muss ich mir machen oh man ich habe unser bett wird gekriegt man jedoch nicht ja ja wie geht es eigentlich auch da was nah ja du bist du und so was habe ich gepasst wenn kennt dich zion ich denke es nicht ich weiß nicht und heim ich bin ein curry aber du musst nicht sauer sein wenn ich mit deinen zuschauern rede ist zion dieser hund ja ja der der hund als facecam das wäre ich so sehr ich wollte die mädchen der stelle stell dir vor jemand schreibt jemals jeder frage ist ja nicht dieser hund im mädchen das kann man voll negativ verstehen man da mit zion aber keine ahnung bin immer am start es sei denn ich bin selbst live der aktive boss oh mein gott oh mein gott oh mein gott du schwanz kopf ich habe deine eltern da mache ich gleich und schwanz von wort so viele kanal musik und mein stich habe ein stift lol bv you go der bau gibt es so ein schwanz kopf jetzt muss ich extra wegen dir aufstehen gleich und das auf das baustellen schild klatschen na ja wach auf zu flexen wach willst du nicht deine kanalpunkte zurück und dann am flexen ganz vielen kanalpunkten ein aqua lebt und zwei grau ok hallo kanalpunkte einfach ehre aber auch so moderatoren imagine wenn sie nicht daher dann wird hier nichts laufen im stream weil der stream scheiß helena wie geht es ist auch da bis seine hunde face camp ist süß ich fühle sich fürs mero du bist der wahre sind natürlich der imagine kannst du meinen youtube song vorher reintun du hast deine kanalpunkte zurückbekommen aber heute mache ich eine ausnahme weil ich bin ich bin kettenrauer geworden gefühlt so funktioniert das mit boss buster 187 funktioniert das mit boss buster test mal bass buster aus wie geht es mir jetzt super gut und ihr Meine Ohren sind nicht mehr existent. Meine Ohren kann man jetzt blasen. Okay, reicht immer so. Der ist mies laut. Wir haben einer in der Klasse, der halt auch so klein ist. Und wir sagen immer, dass der Flötenhaini. Ich weiß nicht, ich finde es immer lustig. Halt auf Joke ist es genauso der Flötenhaini. Den, 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 den Ausrufezeichen ficken. Susi.Live. Oh Mann, wir werden gebankt. Oh oh. Ist jemand hier? Danny hat einen kleinen Schniedel. Mh. Hä? Wurde ich von einem Fall? War das ein Teammate oder? Ähm. Ja, Cenk. Ich glaube, wir haben verloren. Fremdgehen. Ne. Mein, mein Susi.Live-Name ist MilfHunter96. Gut merken, okay. Eine kurze Frage an, an, an den, äh, an Findiger. Du bist ja neuer Zuschauer. Kann man sich meine Sims geben? Oh, du Schatz. Du bist so ein Schwanzkopf, Digga. Du bist wirklich so ein Schwanzkopf. Du weißt nichts. Was für ein Schwanz du bist. Jetzt wird... Das reicht mir. Ey. Das frage ich mir jetzt. Ich kaufe mir jetzt selber einen Stab. Das schmeckt so ein Stab des Weisheites. eines Asiaten. Boom. So, das reicht mir jetzt, Digga. Der hat mir jetzt... Der hat mich zugenähert, Digga. Jetzt kriegt er das... Den diesen Stab. Schiebe ich ihn in das Arschloch rein, bis es blutet. Ich habe keine Blöcke. Ja, äh, wir müssen haben. Kurz zu... F an deinen Freund. Ja. Äh, perfekt. So, jetzt müssen wir kurz... Ich habe voll Bock zu niesen. Ich brauche noch Musik. So, das reicht mir jetzt, Digga. Krass. So, der kriegt jetzt den Stab des... Des Arschlochblutens. Oh. Eeeow. Ja, deines Streams kann man sich... Oha. Ja, ich probiere aber Menschen zu unterhalten. Vielleicht kriege ich es hin. Ich weiß nicht. Was soll sie tun, dass du mir... So, jetzt komme ich auch mit dem Stab des Arschlochblutens. Das ist der Stab des Arschlochblutens. Schmecken sie ihn, den Stab des Arschloches. Das ist der Stab, Digga. Du bist ein Schwanz. Das ist der Bogen des Arschloches. Scheiße. Auf je... Aber nicht zum Entspannen. Auf jeden Fall. Ja, doch. Zum Entspannen ist das super. Ich muss immer hoffen, dass ich scheiß Laune habe. Dann ist das in meines Streams gut zum Entspannen. Dann bin ich ruhig. Aber so lang. Ich den Stab des Arschloches habe. Mir geht das ganz wild auch. Hallo. So. Ähm. Wut. Wir haben wieder... Bruder, ich mag den Stab des Arschloches. Ja, Mann. Das... Dann... Du, während du extra Kaffee trinkst, um wach zu sein vorm Stream. Ja, immer, Digga. Sonst penne ich während dem Stream ein. Ich habe voll Bock. Wie, wie lang geht es? Ähm. By the way, die Kanalpunkte sollte automatisch vom Bot wieder zurückgegeben haben. Das heißt, Dings... Du musst einmal ne... Dings... Schreibe einfach blaues Licht rein. Äh. Schreibe einfach blaues Licht 187 rein. Dann soll es kommen, glaube ich. Mach Schlafstream. Hallo, hier ist wieder eure Bibi. Heute machen wir einen Schlaf... Heute machen wir einen Schlafstream. Und Jackson während dem Stream. Hallo. Ich bin die beste Streamerin, Bibi. Bin ich nur von dir. 187. Faktisch, ich schicke einfach den Uellchen. So ein Schwanz, der Bot hat keinen Bock auf dich, habe ich das Gefühl. Ich habe den Bot, der Bot mag dich nicht. Oh Mann. So, jetzt hole ich mir... Klaus Christopher Jonas. Heißt, tschüss, es ist einfach. Digga, ehrlich, ich dachte, der war voll der Ausländer, aber der ist voll der Allmann. Ja, das ist halt auch nicht von 187, das ist von Raffgauer auch. Und ein Ton, wie geht's dir? Hi, na? Ton, ich hab dich vermisst. Ein... Blaues Licht. Ich kenne das Lied gar nicht. Hör auf! Mit deinen Drecksbogen! Oh, du weißt, ich krieg bald einen... Keine Krise! Ich krieg... Digga, du wirst von mir so geholzt! Ich... Ähm, Ausrufzeichen-Song. Haua. Mann. Hab dich auf Mist, oh, jo. Lero. Da geht's. Ja, warum müssen bald ein Game zusammenzocken? Bin ganz ehrlich? Ja, kurz. Irgendwann hat... Äh, ja, können wir machen, Digga, aber ich hab's jetzt jetzt sehr lustig, es wird sehr lust. Vor allem der, das, 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 äh... Ja. 1, 8, 7! Mann, ich wollte, ich wollte den Stab des Arschloches kaufen. Oh! Also, meine Hand tut jetzt weh wegen diesem Drecksbogen. Wieso? Wie kann ich so schnell mit dem Bogen schießen? So genau. Wenn ich mit dem Bogen so schießen will... Digga, jeder Teil, egal, auch wenn er einen Block vor mir ist, der geht daneben. Das wäre nicht so eine Scheiße. Man kann sich das nicht vorstellen. Meine Hand tut weh. Wake me up before you go. Digga, ganz ehrlich, hört auf mit eurem Schmutzbogen. Und vor allem, wieso geht der... Wieso kriegt der kein Lockbell? Wieso? Wieso? Ich gestern. Wir stehen, wir stehen doch alle auf Lost Gameplays. Ja, ja. Jetzt auf, weiß. Bin ich, wünsche dir noch gute Nacht, Digga. Viel Spaß, die Nacht. Bye. Ich muss ja auch kurz schreiben. So. Bye. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Liegt das Game. Ganz ehrlich, ich lief nicht für Chang. Ich und Chang, wir gewinnen das. Ich glaube an Chang. Ich und Chang, wir rocken das da. So sieht es aus. Hier wird es nicht aufgegeben. Wir heißen nicht Joker. Was? Go, go. My hand on the level. Yo, yo. Wake me up. Meine Hand tut langsam. Bau doch. Ein Schmutzteppich war im Weg. Ja, gut. Ähm. Wo ist die? Da ist jetzt die Grauen. Mhm. Jetzt gehen wir doch mal dahin. Bruder. Ja, was los? Besser. Rieper will, dass ich sein Video bewerbe. Haha. Oh, man. Ich weiß nicht. Gott sei Dank. Darf ich nächste Runde nämlich spielen? Ja. Aber zuerst schreibst du nächste richtig. Dann darfst du gerne mich spielen. Haha. Ich sag einfach nein, Digga. Blaue ist Lüch. Ja, Dings. Alles in der Wörter Schlange, Alter. Kommt gleich irgendwann. Wieso haben die Bögen so viel noch back? Bin ich jetzt immer ganz hechtiger. Wieso? Ich kann kein Deutsch. Ich hab deine ganze Familie auseinandergepumst. Das reicht mir jetzt. Wieso hat sie kein noch back? Die anderen haben doch auch noch back bekommen. Wieso bekommen die kein Verfe... Ich hab keine... Oh, meine Hand. Oh. Das gab nicht 187. Wurde die überhaupt in die Playlist, in die Warteschlange reingepackt? Ne, You Got That war ja auch ein Lied, oder? Das war zuerst, oder? Ja, ja, ja. You Got That war zuerst. Kann ich die Warteschlange überhaupt selber anschauen? Ja. Ja, oh, so spielen. Fick dich, Baku. Ganz ehrlich. Fick dich. Du bist an-moderatort. Als... Ich mach aus Prinzip einfach Maxi-Moderator. An-ich auch mit spielen? Natürlich. Wenn ich nicht meinen Arm breche, dann ja. Sonst wird's schwierig. Ich krieg bald ein Nervenzusammenbruch. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, von wo sollen sie mich treffen? Ja, der kommt doch noch näher zu mir. Da, ja, moin. Ja, der Affe. Ja, komm. Ja, Digga. Ja, Digga, ja, komm. Ja, komm. Wenn sie mich jetzt trifft, Digga, ich schlag meinen PC kaputt. So, wir haben wenigstens vier Emeralds hier. Perfekt. Hört nicht, das fuckt mich so ab. So, jetzt gehen wir weiter. Emeralds holen. Mein Ziel ist immer noch eine Diamond Röschung. Was, was man hier schenkt? Bau mit Obi ein. Wäre intelligent, aber zuerst will ich mal eine Röschung. So wie so unser Bett ist. Ja, unser Bett ist in eine Minute 44 weg. Das ist das Problem, Digga. Und er ist in eine Minute und 44 Sekunden weg. Was bringt das hier nicht jetzt noch mit Obi ein Bau? Was bringt das hier nicht? Und hey, künktchen, wie geht's hier? Ich bin auch da. Bis, hey, na. Jo, äh, nix, äh, boah, Spaß, was? Oh, das ist ein Bangerlied. Das war wirklich ein guter Musikwunsch. Okay, ich hab das. Kommt sogar in die Streaming-Planes rein. So, jetzt fühle ich mich krass. Jetzt geh ich flexen. Jetzt geh ich flexen. Lass, ich hab so viele, äh, 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 scheißen. Hm, wo ist noch Grau? Da steht Grau, okay? Mein Bett ist erst bald weg. In 40 Sekunden. Dann geht's kritisch für mich. Dann geh ich jetzt erstmal noch alle Hops nehmen. Mein Ziel, also mein Ziel ist... Ah, nein, bitte nicht. Bitte fixen Sie mich nicht, bitte. Nein. Au dir, äh. Digga, also ich... Ja, der ist tot. Ich sag's doch, der Bow-Aim, Digga. Von wo, wie soll er mich so gut... Ganz ehrlich, Digga. Von wo soll er mich so gut treffen? Bro, wie? Ja, Digga, ja, komm. Ja, dann hab ich doch noch einen 300er-Range. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich hab's doch so eine hohe Range. Okay, die ist erst gleich. Nein. Nein. Oh mein Gott, Digga. Der war fast... Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab wirklich so... Null Bock. Null Bock mehr auf diese Scheiß-Runde, Digga. Das sind solche Sposten. Digga, das hab ich noch nie in... So. Was kann man... Was kann man mit Gold kaufen? TNT. Waterbucket. Was kann man mit Gold kaufen? Ich hab noch mal zwei Wassereimer. Für... Aus Prinzip. Okay, Mann. Feuerkohlen. Ja, das soll ich mir auch... Kaufen zuerst ein bisschen Blöcke. Zwei Stacks müssen sein. Das gehen wir jetzt aus für Feuerkühlen. Ähm... Wir haben noch Gold, das wird jetzt hier rein investiert. So, jetzt werden die Hops nehmen. Oh, das ist ein Banger. Hört man die Musik überhaupt nicht, oder? Oh, das ist wie ein Banger-Lied. So, jetzt lauter, Mann. Ne, ich war ein Leiser. Oh. Oh mein Gott, der eine wurde Hops genommen. Oh fuck, das ist ein Wort. Alles steht jetzt für mich. Oh fuck, da chillt er, du chillt er, Junge. Hm. Du sagst ja zu jedem Lied, das ist ein Banger. Ja, deswegen kommt es in die auch immer. Du playst. Du schaffst es? Ja, ich hoff's mal. Oh mein Gott, ich bin so ein Weltkartes Stückchen. Ja. Ja. Ja, ja, Digga. So ne Geiss, tatsächlich. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich bin so eine... So ne Rentenscheisse, Digga. So bin ob, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt hier mal mitspielen. Digga, die haben so abgefuckt. Ich krieg wirklich Aids. Ich krieg wirklich Aids. Ich krieg wirklich Aids. Ich hab's so abgefuckt. Nee, zu dritt. Ja, gut. Perfekt. Ja, das Spiel, das Spiel Trios, Digga. So eine Scheiße. Ich. Da musst du joinen, du Schwanz. Ausruf sein Bordi. Wir warten kurz auf Maxim. Da war schon extrem lange noch mal ne Runde zu machen, Digga. Ich hab wirklich so einen Anfall bekommen, Digga. Ich hab so einen Anfall bekommen. Da war schon mal ne Runde zu machen, Digga. Das Spiel Trios, Digga. Ey, ist Leander noch im Chat? Leander? Bin jetzt auf Handy on? Oha. Sü? Ist Leander noch da? Der hat da, der, der. Nostalp hat mir jetzt aber einen Link von seinem Stream geschickt, was the what the fuck. Ähm, song you got that, nochmal! Nochmal das Lied. In der Runde sind 3 andere mit Vip, ähm, wieviel, das heisst gar nichts. Oh! Ich fahr die ganze Zeit auf K, huch! Ähm, ja, das heisst gar nichts. Wollen sie jetzt damit sagen, dass wir verlieren? Ich habe mir Musikwunsch noch billiger machen, Digger. Hab vorhin telefoniert, hab nichts gehört. Damit meinst du? Aha, ja. Ich habe nichts Wichtiges gesagt, ich glaube. Ja. Can you have a daughter for the rest of my life? Say yes, say yes. Cause I need to know. Present to the day, my friends. But yeah, I want, why are you gonna be so rude? Um. mir lecktes man da kann ich nicht mehr da ist alles perfekt unser bett ist aber nicht perfekt das war tom ton perfekt dange jungen das hört zu meinen jungen oh shit man du bist ja im menschen der macht suicide und noch feuerball heim das war kein sinn der hat ja kloster auch ein link zu seinem livestream geschickt ich habe dich vorhin gefragt über den stream warst du was einmal weg du schwanz hat er auch einen link zu deinem stream geschickt zu seinem stream wir haben da ja ein herz amine ganz hätte was er sich zu irgendwann ja früher als normal also wo du wo man noch jünger war es war normal der man denkt eigenwerbung ganz cool ist super du war man wird verhindert durch so dann natürlich ja das war als kind das gedacht aber jetzt immer noch dass der einen puja also generell die solche art von werbung ja im discord net everyone raushauen alles entspannt hat er hat richtig werbung gemacht ich gehe zu ihm call und der will ganze leben wissen ob er sich verbessert hat und wie seine generell ab und zu bin ich private aus so aber das hat nicht so bei randoms außer die sprechen mich irgendwie zu meiner qualität so an ja du schwarz bei random und wie meinst du das jetzt also ich bin jetzt ganz sicher von meinem content er hat sich auf mein tücher kann jetzt nicht mehr viel geändert aber ich bin aber jetzt so wie ich bin so wenn ich motiviert bin und jung und generell ja jetzt habe ich mich auch generell hier halt auch durchaus spaß nicht mehr irgendwie wegen zwar wie gesagt ist sommer ich würde sowieso nie mehr nach zwang stream so also halt gerne jeden tag durch stream auch wenn ich habe falls ich mal kein bock hätte weil ich bin cool fast ich wollte gerade normales hat raus haben aber irgendwie haben sie nicht hinbekommen ja eine rot erlebt noch rot ist tot ok er soll ich im musikwunsch noch billiger sein kurze frage ich würde es auf 250 runter schrauben wenn ich ganz ehrlich bin oh scheiße ich war einmal kurz auf klar ich glaube jetzt werde ich irgendwie getötet ich würde näherlosen witz gerade raushauen man macht sie hätten fast gewonnen wir hatten fast gewonnen wollen wir auf hypix wasser pixel ich meine auf auf zeit toxien und ich tue kurz dings ich mach kanal punkte niedriger ich finde es sympathisch wenn man die kanal punkte niedriger machen kann dafür wir waren sie zwar billiger dafür wenn sie scheiße sind die kann dings wenn sie einfach es gibt also komplett scheiße ich würde so nein ja noch so chance musik wunsch mama von 350 lass lass auf 150 man da ganz ich bin war drin der scheiße oder so rein geht dann wie dann gewann bei ihnen so normal aber sonst und vor allem der mich jux ist gar nicht mehr vor allem die musik ist ja wieder sowieso eigentlich nur von von bot automatisch gemacht deswegen alles entspannt was wollen wir dings wollen wir auf zeit toxien gehen oder wollen wir hier spielen wir wollen eine abstimmung wir machen eine demokratische abstimmung welchen das nicht jetzt wissen gehen muss eben kurz pissen gehen dann machen wir slash boll das steht für popl hyper ist der titel und wir schauen uns einfach seit toxien ein pixel mama zwei minuten und ich würde wissen so es sind sehr demokratisch hyper ex 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 bis Untertitelung. BR 2018 Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me Ooh, ooh, ooh I like it! Don't stop me, don't stop me Have a good time, good time Don't stop me, don't stop me Oh! Say it! 3-Fall-Pixel Äh, wir sind noch zu viert. Perfekt, ja. Toto Ton, viel Spaß beim Bahn. Mach einfach auch ein auf Bälle Delfin, verkaufte ein Badewasser. Ja, ja, ja. Der 5 Head. Der 5 Kopf, meine ich, der 5 Kopf. Bis dann, bis dann bei. Vielleicht fühle ich mich da schon nicht mehr. Ich bin jetzt zufrieden, wenn wir jetzt die Kanalpunkte weniger machen für Musik. Ich bin jetzt zufrieden, wenn ich mich da schon mal gewinnt. Ich erinnere, ich mach's ja nicht mehr automatisch so. Und stimmt, Baku wollte ja aufs Baustellen schüttiger. So, Jux, jetzt gibt's wieder weitliche Rohküste. Oh, es gab das Falsche. So, das wollte ich. Oh, das ist ein gutes Lied. Das ist ein gutes Lied, Max. Das ist ein gutes Lied. 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 Gut, und ihnen der Herr. Oh, mir geht's super gut. Ich meine, mir geht's scheiße. Stimmt, die brauchen wir uns abgegiftet. Oha. Oh Mann, wir werden von Grün gepusht. Lutschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Oh, oh. Scheiße. Ähm, super optimal. Wey, oh, Moistrack, wey, oh, ey, nee. Haha. Oh mein Gott, Grün kommt. Wir werden von Grün gepumst. Unser Bett ist weg. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen der Rundingsscheiße. Was, was ist löchriger als ein Schweizer Käse? Ein Nordkoreaner mit Meinungsfeier. So. Ähm, spielen wir jetzt weiter Minecraft. Und das ist SRP- mich, wir momentan von uns. Aber in der DDR? Wir werden in último Fall mithören. Und das ist sehr wichtig. Und das ist so etwas, was wir jetzt in parall Ordnung mit einem neuen Gew ALT. So, Entschliśmy. Wir werden schon mal den ****-Titel. Und das ist so großartig. Und das ist so großartig. O體te wird einfach unmöglich und beden. Denn von St. Vielen Dank. 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 Nee, wir machen lieber so. Wir machen so, wir machen so. Ja, das war's. Ja, wir machen so. Ja, wir machen. Ja, wir machen. Ja, wir machen so. 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 schlinge was ist schon drüber bauen grün der schlinge hat sich wohl anscheinend übergebaut das hat das war cringe das war green cringe man haben wir morgen morgen was läuft hier so nicht so viel bald ja wie geht's hier gut wie geht's dir mir zu gut und ich muss etwas ja anmerken ich habe kümmer srp nicht nie so richtig geschaut außerdem natürlich jetzt habe ich gerne macht ihr noch videos irgendwie ich kriege ich habe zum blog aktiviert aber ich kriege nie meine infobox irgendwie 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 so eine anzeige dass er was ein videos hochlädt wachsen sie als musik kurz nachschauen was war ein bieger wie geht's hier das ist freundlich macht er noch videos ja nicht so nicht so aktiv und ich hoffe ja die vielen dank und es freut mich natürlich dass es gut geht ist rixen auch hier ja ich prädikt ich setze auf tom ne tom ich weiß nicht wie wertig spielt jetzt muss ich mal zuschauen dann kann er weiss ich was aber die letzten tage nicht oft online oder habe ich das nur nicht gesehen in den letzten tagen bin ich wieder öfters online ich war mal nicht mehr so offline und joh drümen der pilo viel 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 lieben dank für deine zehn bits joh was es kam so random wirklich viel viel lieben dank für deine zehn bits dange 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 sehr fisch hatte wie slacks ja 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 sagen sie alle wertig dann sind sie schwanger maxi lebt doch zu Ich spiele auf Laptop. Ja, du? Ich hab... Mies. Ich wollt grad sagen, ich hab dich trotzdem was aneinander genommen. Aber das macht keinen Sinn, weil du hast ja schlechtere Bedingungen an sich. Ich stream nebenbei, okay? Dann hab ich minus 300 FPS. Ich hab cringe, ich hab nur 300 FPS. 420 hat sich grad... Oh, mein Gott. Gleich 1v1, recht ungern. Ich spiele auch auf Laptop. Leaptop. Okay, Leaptop. Und ich bin bei Leaptop. also ich möchte noch mal viel viel vielen dank für den 10 bis zum ersten dank also ich weiß ich ob hohen gewinnt oder ob ob maxi wird langsam langsam und das betone ich zu lang tun tun fisch weil wenn du zu lang und sachsen ist ja tun fischer holen solch tonbrötchen aber nicht tun sagen möchte klingt auch behindert was auch zu lang von honda perfekt tonne so jetzt habe ich bin immer tonne der party in the usa ich mag dass sie nicht du bist ja auch behindert ich ja und du bist ein schwanz ja noch wenn the beat drops out kenne ich nichts vom titel ja ich finde schön dass auch wieder da bis man sieht mich nicht ja freut mich auch dass wir dabei sein ich muss wie es kurz noch hat das gehört doch das kennst du ich weiß nicht ob ich das hätte schon vorhin sagen dann hätte ich guten appetit gesagt ja ich hoffe es hat die gut geschmeckt sagen so ich hoffe dass er durch sehr gut geschmeckt und du konntest gut verschlingt köstlich schmöstlicher oha freut mich hat sehr wie lange wollen sie noch kämpfen hallo nix gut mich runterschießen oh man ich weiß es nicht okay der profi dass das kassert sich stehend ton hat ja noch ein bett was ja wegsetzen da ist ja aber klaus war klaus ja gut das war das war los ich habe max ja ist gerät kürtet also ich sie noch zu viert kann es sein dass tricksten beleidigt ist weil es keine autogrammkarte gibt ja muss auch bei max noch gute nacht viel spaß noch bei bis vielleicht schon anders der sm-lover 2029 spendet fünf bits ich küsse dein herz noch mal vielen vielen dank für deine fünf bits danke tümer s&p sowie vielen vielen dank gross herz und dich vielen dank für deine 15 bits der reiche buster kann es sein dass sie zu viel geld haben der reiche buster der reiche boss naja kann gut sein aber generell ich muss irgendwann irgendwann nicht multimillionär bin mache ich also kam kann aber abwand sieht man nicht multimillionär ab fünf millionen entsprechend seine multimillionär eine person die mehrere millionen einheiten der entsprechende landeswährung bis jetzt aus zum beispiel mehrere millionen euro haken aber mehr mehrere ein problem angenommen zu bereich was also bei der way mit so vier euro ist man in venezuela so ein multimillionär wahrscheinlich einfach zwei millionen kann gut sein kann es als zu vielen deutscher in seinem ganzen leben verdient was durchschnittlich um das ein geiles lied das war doch der musik wunsch das sind welche banger liegt das ist auch mein gott also nicht das will ich ja eine jobs out ja dass das lassen ja wie alt ist es zeit ab 2016 2015 bei james in pilot vielleicht sieht man sich wieder bei ich hoffe ich hoffe ich irgendwie viel spaß hier ich weiß nicht eine gute nacht aber noch zeiten da war ich noch jung der da habe ich entspannt noch auf der rückbank bei meinem vater im auto gepenzt das war banger ich brauche mich gerade zu einem team was nicht existiert hin jeder mal mit dialekt bist du ein schweizer bist du eigentlich ein schweizer finn bist du eigentlich ein schweizer oder bist du ein deutscher weil es ja lustig wenn du schweizer wärst dann können wir machen rate mein kanton von meinem dialekt her das ist ja funny nein Österreich so das war's mit dem stream ich wünsche euch einen schönen Tag ich glaub leiser oder soll ich es leiser machen oder was gleich Jungs passt die Musik oder soll ich es leiser machen ähm abgelehnt scheiße österreich und schweiz sind doch das gleich ähm ähm deutschland ich würde irgendwas sagen wegen deutschland aber mir ist mir gerade nichts eingefallen man man fassen das so einen drei jahre zu Hause wieso bin ich so scheisse geworden das liegt dran das so einfach scheisse ja also ich kann schon schweizerdeutsche reden also das ist kein problem aber ja äh ich denke die österreicher verstehen das schon was ich da sage aber ich glaube bei den deutschen wird es schon schwieriger ähm aber es ist recht entspannt im Dialekt zu reden bin ich ganz ehrlich aber nur ein Tiger Trigger ja würde ich auch sagen jo wo's isen do los oida du kannst sagen dass die deutschen geringverdiener sind deutschen sind auch gering wieder ja österreich auch aber ich verdiene ja ich durchschnittlich im monat ich habe gar wie ja ja weg beginnt zu können wieder noch bei seiner base doch und ich habe kein verzaubertes schwert das eher lustiger sehen wir uns auf die bessere rüstung als ich und ein verzaubertes schwert aber trotzdem ich gebe eine kombi ich bin immer dran gewünscht selber noch dieses schreiben ja nicht schlecht die schlechte spricht ich bin jetzt wieder wie das klar ist bei euch alles teurer aber an der deutschen grenze einkaufen ist live ich wohne an der deutschen grenze spiel mal im single player minecraft durch gute idee ja ob ich bock haben ganzen live streamer oder ganzen tag weil ich mir wirklich scheiße mein kopf bis zu was sind die perge ich habe keine ahnung was macht vor allem in der neuen version nicht bei 189 sie würde ich alles bei 18 wie noch alles hinbekommen ja keine ahnung ich könnte schon mal so ein versuch und starten für youtube video unter anderem aber obwohl ich ja zu faul das zu schneiden wenn ich ganz ehrlich bin schneiden macht mir spaß aber bei welchen langen videos macht mir auch keinen spaß was mir zu stressig ich bin ich ja fauler rentner du ja ich sollte gar kein recht haben zu stimmen hallo how are you mit 16 schon rentner ich bin 15 ja ich bin schon rentner wollen wir gewaltigen anzeige ist raus so los zu sein ist schon mal geiler content was für zu los sein ich habe keine ahnung aber bald 16 erst eine weine scheiße ich bin schon drei jahre ich bin schon groß und acht stehe unter mordverdacht kommen lad ich ein ich bin caju was sie hier seht ist spannend und neu um ami und papi sind immer dabei wir spielen jeden tag und was ist es tut mir leid dass ich du es gibt aber es kommt dafür ein banger los gleich keine ahnung an los gleich ich scheiße mir in die hosen deswegen spiele ich auch los tag ich dachte ich dachte am anfang das lost art ein remake wäre deswegen so lost art genau das ist ein arg so weit wie wolf remake wäre aber irgendwie irgendwie ist doch doch wie heisst du jannik ich hab fast juxi juxi perfekt perfekt easy rai da die holger mein gaul seiner katze heißt so ist meine karte ist immer was anderes wenn ich mein pfarrer schilder mein pfarrer dann ist auch so was für das kanal hier im haus für dich allein dem 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 so die diamanten schon wird ja aber mach noch ein nice abend ich muss dann los machen noch ein nein das meister muss jetzt gehen wenn ja dann wünsche ich noch viel spaß bei die team die um die um die um die um die um so ja 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 tschüss banan biker ich hoffe du bist noch ein paar bananen Da war der schlechteste Witz, den ich hier war, was ich in meinem Leben gemacht habe. So, ich war auch nicht, aber trotzdem. Ja, gut, ich halte meine Schnauze. Ich zeige es lieber still. Naja, also ich würde noch viel Spaß bei. Gute Nacht. Mit was macht man Berge glatt? Mit einem Glatteisen? Nee, ich weiß nicht. Das kommt. Habe ich bestimmt zum ersten Mal gehört? Ja, ja, ja. Der wird gecybermobbt hier. Mit einem Hügeleisen. Besser als ein Glatteisen, bin ich anser. Der Glatteisende war noch schlechter. Hör auf mich abzulenken. Wie, 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 lieben Dank. Z-Bruchloser, wie, wie, lieben Dank für eine Follow? Wie geht's hier? Hiiii. Wie, viel, vielen Dank für eine Follow? Oh mein Gott, der hat mich mies. Das hat mich mies abgelenkt. Aber hi, wie geht's hier? freut mich dass irgendjemand kanal gewonnen hast lol so das war kein schlechter run kam ich fühle mich krass z fruchtloser glaube ich oder ja furchtloser der ich bin geist bin ich habe gar nicht auf den namen dachte ich war ja furchtloser der ganze fruchtloser ja ja was ich habe kein bett mehr ja schlicht das recht schlicht man überlegen was kann man damit vier times kaufen gar nichts perfekte da sehe ich mich doch dann okay wir gelb gegen zwei rote sehr viele die mich z-bruchtloser nennen also alle so okay 6 furchtloser der furchtlose süß ich hoffe ich kann sich irgendwie unterhalten wenn ich dann tut mir leid mann okay ich habe gar nichts gemacht aber schön dass irgendeinen kanal von der süß aber wieso ersetze ich alle das o mit einem x das check ich habe zum beispiel auch ein ahnungsloser der auch mit x ist ich check es nicht so jube aber man schon nicht private ich will nicht party listen zu viert okay wir sind immer noch vier an welchem arzt geht pinocchio zum holzarzt ich weiß nicht jetzt kommt ich hoffe ich rate mal du sagst es mir gleich zum holz nasen ogen ort kenne ich ich habe mir ist gar nicht wirklich da wussten holz nasen ich weiß nicht ob das richtig war hätte ich reingejoked hätte ich mich mies scheiße gefühlt weil ich komplett los bin und wäre cringe gewesen legit wollte ich auch sagen was das meint mit legend heikel ab wie geht es ja schön dass auch immer kanal gewonnen hast wie geht es ja ich bin in deiner runde schwer ich hab keine ahnung das wäre recht los wieso meinst du das in meiner runde bist ja wie heißt du denn alle folgt ich mag es lieber wenn man mir folgt und ich sympathisch finde ich nicht direkt er so schwanz aber ich wurde vorhin war mich rennen wir imagine ich zog entspannt bw und stream plötzlich kommt so jemand schreibt ja einfach in den slash schaut so bist du dich der streamer ich habe mir so da fahrt wer dann schaue ich so wer wer hier ist ob hier ist immer drin ist in der runde dann plötzlich kommt er entspannt in mein chat rein ich habe so auch gott was für dein kanal ist tot du schwarz mein kanal ist tot aber habe ich vor texten geht sie haina aber hier lag da war doch auch random drin ich glaube sie ja weniger dass das du in meiner runde ist dass er zu rennen was er zu rennen weil ich denke der erste nachricht dass er sehr sass mit gelb ich wurde glaube die bank von gelb kann gut sein ich würde von rot geben so mein band ist ja weg morgen wieder big baba landwirtschaft simulator da sehe ich mich da sehe ich mich vorne vor text flow das schüttet sich richtig habe ich gehört takes me to paradise sex takes me to oh mein gott ich habe da schaut wirklich mein stück der schade ich weiß du wirst du bist so ein schwanz nicht so ein schwanz du sprichst immer falsch aus du vor text flow jetzt schlafen bei finden ich wünsche gute nacht bei spielst du blc das war noch zeit nur ich wo ich aber leben und unterstützer heute leben kostet exakt gute nacht gute nacht viel spaß lauf gut vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder zu bürze morgen wieder im sie ja ich schon wieder jeden tag um 19 uhr also ich probiere es zumindest gerne mein die sie das schreibt ja nicht mal wenn ich nicht beziehungsweise beziehungsweise es kommt kein also es kommt da keine benachrichtigung wenn ich nicht wenn ich sie mir das heißt ja 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 los sind zu viert jahren alle tod let's go neue runde ja dass wir spielen keine meinung schwingt ab landwirtschafts-imulator 22 mit minecraft shader das schon hier gerade wer bist du denn vernahmung alles irgendwie neue zuschauer macht mich hab ich weiß nicht wieso man und das geht mit 2 lecken am zyp denn das schwirrt ohne dich ich bin ich wer bist du ich bin du wieso hast du meinen namen kopiert wie heißt nur wertig lassen abend doch den arm jung was hat sie die gemacht mate man den hhythmus h mom ich name war also mein kanal war richtig tot aber seit der ich muss den jahr anführungszeichen ich habe ja auch zwei wochen ohne motivation die ganze gesündung das muss ich halt mein kanal wieder von minimalen neu aufbauen i guess vor tics flühe war nie tot war nur ein bisschen durst nein nein ich war komplett unmotiviert was ihm angeht an zwei wochen lang ich hatte kein bock zu bin wieder da hallöchen killer wie ist aber war in der runde sympathisch oder wie jetzt eine frage wenn wenn du in dieser runde warst wie bist du so random von kanal gestoßen ich denke nicht dass du random ein in-game-name kopiert von vom high pixel und dann einfach auf twitch eigentlich ist am mt am fürs augen mt warum süße genau dann wann wann ich stüme zumal so süß du auch der schwanz paar monate her was ein paar monate weil du das war deine erste nachricht aber mein channel aus ich weiß nicht sich länger können aber generell killer wie ist das davor also hab dich schon mal bei fahrer raid gesehen irgendwie fahrer das stimmt auch nicht mehr da sind was mit dem passiert irgendwie ich habe bei fahrer immer wieder einmal reingeschaut ich habe den ja da gut kann gut sein kann gut sein da bin am anfang aber du startest genau dann wenn ich starte damit meinst du wenn ich meine schügelzeiten oder wie ja wie gesagt ja jeder fängt mal von vorne als sogar ich kann auch wie ich es hinbekommen habe jetzt 16 zuschauer zu haben ist eine gute frage die kann ich mir selber nicht beantworten ich habe keine ahnung und wie ist wieso ich 600 follower war meinst du was ich liess nie mehr den chat ich werde es abgehoben der mann hat 38 voller und eine bessere cam als ich ganz echt ja ich bin jetzt ganz ehrlich du brauchst zum stream kein gutes equipment das einzige was ich wirklich empfehlen würde ein gutes mikrofon dass du einen richtigen ton hast wenn du kein gutes mikrofon hast bist du generell gefickt aber generell meine camp habe ich von meinen eltern geklaut ich sag mal zehn jahre alt etwa die sicher zehn jahre alt mindestens und dies nur noch die kamera damals war sie krass ja man geht bei mir aber handcamp ist beste keine ahnung das war zu faul in der handcamp generell am tisch ist die 30 aus wie scheisse ich habe keine riss mousepad meine hände sind aus wie scheisse was wir kommen zum professionellen handcam heute heute spielen wir minecraft so ganz professionell man sieht nur eine hand willkommen zu meinem handcam setup ja ich bin ganz professionell unterwegs heute ganz krass wir können wir können gerne auch mehr filmen hier so wackel mal so man sieht jetzt gar nichts mehr und sieht meinen daumen der sagt liken willkommen zu meinem handcam maus habe ich auch ja der 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 ja mein pc sieht so dass sie zu ranzig aus welche der kippen würde ich auch dafür würde ich auch den zettel ich habe immer leds auf pink weil dann habe ich die höchste auflösung ich weiß nicht wieso aber wieder gesagt geht es aber gesagt ich bin allen farben durchgegangen weil ich eine beleuchtung braucht dann habe ich gesagt ja bei diesem licht da hast du die meisten pixel irgendwie habe ich seitdem benutze ich mal pinke mein streams ich habe es ja auch eine andere farbe nimmer ist aber ich wurde die rocker kommen die hat dann welche für jeder streamer der weißt du deine gp bzw cpu natürlich haben ein pc selber zusammen gemacht dann der problem ist meine gp habe ich von einem freund damals geschenkt bekommen und dies mies aber ich bin damit zufrieden damit kann ich alle zocken nur was dream angeht das wird schwierig also ich weiß nicht als theoretisch geht es schon was dream angeht aber irgendwie meine netzteil oder so keine ahnung sagt aber nö aber ich habe karten abend der reisen 5 5600 x und ein arm die als grafikkarten amd sapphire rain kann er 9 390 du weißt ich fliege hoch in das juni das komplett zugebot shit man ich wollte ihn hocks nämlich heute den blog klatsch ist block heißt block hat wenn ein traum ist das sei nicht traurig ist immer noch zu viel sind zu viert dann gehen wir jetzt entspannt in eine vierer runde wir machen einen vierer mit baku nie da sind fünfer welcher schwanz gelieft block treppen heißt das ja mein sich mein sich block der beste mein kraft immer ganz doch ich 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 jünger da will du auf seine teile händen naja dann muss auch viel spaß dann gute nacht viel spaß sie noch wollen wir noch spielen wollen wir noch ein bisschen marion party spüren das kurs in einem raumschiff nein ja nur tut der deutsche kanal ist das würde ich den stream generell gleich band niger es war cool und so sei dich traurig Das war's. I do anything in my pub. Bin immer weg. Ciao. Bye. Fertig. Bye. Gute Nacht. Ja, ich glaub, wir lassen... Ich weiss nicht. Wollen wir jetzt hier mal raiden? Komm, lass hier mal raiden. Raiden, raiden, raiden. Auf Jarian. Auf Jarian. Sympathischer, Mann. Und so. Ja, Jarian ist sehr sympathisch, Mann. Ich mach's einfach mal. Aber ich hab's nicht gesehen. So, Jops. Oh, halbe Stunde noch. Let's go. Ein Fortress. Ich wünsch euch viel Spaß. Lässt bei Jarian grüße da, Digga, gerne. Das ist gerne grüßen da. Ich wünsch euch wirklich noch viel Spaß. Gute Nacht. Bye. Viel Spaß. Und da bei Jarian. Bye, Gülsneschel. Jalla. Kommt, mein Disco-Zerr was ans Beef. Hab ich's auch gestorben, Florian? Oder warum ist hier nichts? I don't know. Äh, da steht's. Zurzeit ist er nicht verfügbar. Was meinst du? Was? Achso, du meinst, was am Arscher? Das hat ein Cooler. Und jetzt muss ich ja den ganzen Stream trinken. Das wär auch ein...